Yo! Servus und hallo! Servus und hallo! Das heißt neu, ich bin schon eine Weile draußen bald kommt sogar Buried raus aber trotzdem, ich habe mir gedacht, bevor Buried rauskommt starte ich nochmal eine Runde Mob of the Dead heute mal auf dem lokalen Modus weil, äh, nicht das für Zeitüberschreitung bekommen und, ja, dann würde ich sagen dann, äh, gehe ich gleich mal hier rein ich spiele natürlich auf Original und nicht auf Like und fahre auch einfach mal direkt an, ne? Ja, ich habe keine Ahnung wie weit heute kommen werden ich bin natürlich, wie immer, nicht der Superkiller Pro Gangster aber ich werde mir Mühe gehen So, jetzt erstmal die Geschichte und, ja, zumal ich nicht ist gar nicht viel zu verändern oder die Hübschreitung haben, dass wir da mit, äh, die Hübschreitung Vielen Dank. 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 Ja. Okay. 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 So jetzt wird es knapp, dann machen wir hier auf, das wird mir zu eng da oben. So, hinter uns kommen auch noch ein paar, Alter, achso, Achso, Insects ist ja weg. Ha, ne, ist es nicht. Komisch. Naja, wie dem auch sei, ist auch nicht so wichtig. Insta-Kit hin oder her, Jaggernaut haben wir, wichtigster Perk ist da. Und von daher können wir erstmal ganz entspannt hier runterlaufen, diese Tür hier öffnen, uns das Teil besorgen. Übrigens, das Ganze mit dem Über-die-Tür-Springen funktioniert auch im Multiplayer-Modus, das heißt, man braucht keine zwei Spieler, um dort hinten das Teil sich zu besorgen. Ja, ein Afterlife haben wir noch, das werden wir natürlich gleich einsetzen. Und aktivieren hier hinten die Generatoren. Hier gibt es drei so leuchtende Automaten. Boah, was mache ich denn hier? Drei so leuchtende Automaten. Die brennen, aktivieren wir praktisch. Und dann kann man sich wieder beleben. Das Teil liegt dann oben in dem Office, oder wie das Teil heißt. Ups. So, jetzt werden wir es gleich ja ein bisschen eng bekommen, äh, eng haben hier unten. Denn wir müssen noch unseren lieben Hund füttern. Aber alles kein Problem, das kriegen wir noch hin, bestimmt. Irgendwie werden wir das auf die Reihe kriegen, hoffe ich doch. Äh, ach, da war ja noch was. Ich hab noch was vergessen. Irgendwo, irgendwo. Ne, da nicht. Hier liegt ein Teil für das Schild. Und ein weiteres Teil liegt irgendwo da hinten, bestimmt. Da ist es doch. So, aber jetzt schleunigst zurück zu unserem Doggy Doggy. Der hat nämlich ganz schön Hunger auf Zombies. Und ich denke mal, wir sollten ihn nicht warten. Oh mein Gott. Joa. Also ein paar. Sehr viele Tommy's und das. Oi, oi, oi. Holy moly. 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 Na, die lassen wir jetzt liegen. Das ist es nicht wert. Nicht das wert. Oder wobei. Jetzt hat der auch wieder Fressi Fressi. Meiner. Einmal außen rum. Um den Pudding. Um den Pudding. Oh Munition. Auch nicht verkehrt. Na ja. Erstmal der Hund. Und die Muni besorgen uns auch. Einmal und doppelte Punkte ausnutzen. Und den Rest der Schadlosen Zombies werden wir erstmal da lassen. Okay, das war's. Wir haben drei Teile. Was sagt uns das? Es fehlen noch zwei. Genau. Die werden wir jetzt auch einfach mal besorgen gehen. Ja, die Zombies eben, die hätte ich auch aufheben können für den Hund oben. Aber ich denke mal, ein, zwei Runden werde ich sowieso noch hier spielen. Von daher werden noch genug Zombies kommen. Und da brauche ich mir erstmal gar keine Sorgen machen. Von wegen, dass ich nicht... Oh. Na. Da sind die Zombies wohl verreckt. Naja. Okay. Ja, und wie man sieht, da ist auch schon die Abmeldung vom Playstation Store. Ja, da hätte ich die Zeitüberschreitung gehabt. Und zum Glück, sage ich nur, spielen wir hier. Ähm, ja. Eigentlich Spiel. So, der Code lautet 513. Ups. Und dann können wir jetzt direkt eigentlich, wenn wir das schaffen irgendwie. Ach du Scheiße. Ja, hier ist auf jeden Fall etwas los. Und wir müssen jetzt hier versuchen, irgendwie uns einen Weg durchzubahnen. Ja. Oh mein Gott, sage ich dazu nur. Und das nenne ich Glück. Ah, naja, wobei, der wäre einfach so rausgekommen. Ganz bestimmt. Oh, ja, die nehmen wir, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon Teil Nummer 4. Und jetzt fehlt nur noch eins. Und das besorgen wir uns jetzt gleich. Ähm, ja. Also wie ihr seht, gar nicht so schwierig. Gar kein Problem. Einen Hund müssen wir auch noch füttern. Das werden wir auch gleich noch tun. Ähm. Ja, der Automat ist noch aus. Okay. Okay. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich einen weiteren Drang mir besorge. Ja, das ist so eine Sache, wenn man alleine spielt. Na? Na? Ey, was ist denn das? Jetzt. Das ist immer so eine Sache, wenn man alleine spielt. Die Zombies, die kommen halt trotzdem auf deine Leiche. Auch wenn du eigentlich, ähm, ja. Nicht am Leben bist. Das ist ein bisschen scheiße. So, hier kommen wir noch raus. Jawohl. Ja. So, dann marschieren wir jetzt einfach mal raus. Na, was war ich denn? So, einen haben wir noch am Leben. Perfektor. So, das sind die Generatoren unten. Dadurch haben wir jetzt hier kein Strom mehr auf der Tür. Da wäre Strom gewesen. Und, ähm, jetzt werden wir... Ja, ist ja gut. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal nochmal in den Astralife-Models gehen. Ich brauche das Astralife, denke ich erstmal sowieso nicht. Aktivieren noch Doppelfeuer. Das sind eigentlich so die Perks, die ich immer benehme. Ähm, Juggernaut natürlich. Ist ja ein Logo. Ich meine, ich brauche keine Sau, aber nehmen trotzdem alle. Haha. Ne. Ähm, ja, Juggernaut Doppelfeuer. Ja, und, äh, Speedcola ist bei mir ein absolutes Muss. Und, äh, ja. Wenn ich mit der Wunderwaffe spiele, nehme ich... Also, wenn ich mit zwei Wunderwaffen spiele, nehme ich meistens Electric Cherry. Wenn ich nur mit einer Wunderwaffe spiele, nehme ich Deadshot mit rein. Und wenn ich natürlich mit gar keiner spiele, nehme ich auch Deadshot rein. Ist ja logisch. So, die PDW nehmen wir erstmal da raus. No Raygun, nein. Die nehmen wir nicht. Die mögen wir nämlich nicht. Also, ich bin absoluter No Raygun. Ja, nicht Hasser. Ich spiele sie schon ganz gerne. Aber nicht hier in dem Modus, sondern nur in Schmerz. Wo man den FHD-Flopper hat. Und den habe ich hier leider nicht. Deswegen, äh, werde ich auch keinen Raygun nehmen. Execution. Leider nicht das, was wir haben wollten. Also, werden wir erstmal jetzt runter rennen. Und, ah, das können wir eh vergessen. Ja. Da war ja was. Oh, jetzt mein Fuß eingeschlafen. Das ist aus der Unangenehme. Oh, Mann. Ich lege jetzt einfach nochmal an die Kischt. M.Tar. Es wird ja immer schlechter hier, ey. M.Tar. Ding-Ding-Ding-Dong. Kaufen wir die Tür hier auf. Und. Machen wir den letzten Hund. Das ist der letzte Hund. Und. Wir werden jetzt versuchen, unsere Schmerz hier zu füttern. Weil jetzt kommen die hier von allen Seiten vorgedrescht. Und wir müssen irgendwie versuchen zu überleben, ne? Ist ja logisch. Ist ja logisch, dass wir irgendwie versuchen müssen zu überleben. Und. Wie immer werden wir dabei alles geben. Mit ein paar Perks am Start sollte das hoffentlich möglich sein. Und. Ja. Jetzt geht so langsam die Action hier los. Der Dicke kommt. Ich nenne ihn mal Dicker. Eigentlich ist es ein Wächter. Aber. Äh. Ja. Es ist immerhin ein Dickerer. Schaut ihn euch an. Er ist dick. So. Platt ist er. Mit einem Headshot. In die Eier. Nein. Das geht ja gar nicht. Scheiße. War nur ein Witz. Also. Wir haben ihn auf jeden Fall platt gemacht. Indem wir ihn. Oh weia. Oh weia. Wir gehen hier mal schön außen rum. Schöne Runde hier hinten. Holen uns das Insta-Kill. Und die New Colm wollen wir uns natürlich auch noch. Mal zwei holen wir uns noch dazu. Und dann ist die Runde schon wieder vorbei. Scheiße. Haha. Ja. Das geht leichter als zu schnell hier. Ich muss irgendwie noch diesen blöden Hund füttern. Los Leute. Wo wartet ihr? Wo seid ihr denn? Wohnt der sich die auch von... Ah. Wann ist der wieder drin? Das ist bestimmt. Jetzt kann ich ihn killen. Nö. Der holt ihn sich nicht ran. Den aber. Ja. Da hat der Spieler ja eindeutig recht. Legt mich doch alle an meinem irischen Arsch. Ich glaube es zappelt, Alter. Da kommen hier plötzlich tausend Zombies auf mich zu hören. Nö, nö, nö. Ich muss es irgendwie mal schaffen hier. Endlich. Ein Zombie. Komm. Ein Zombie. Ein Zombie. Ja. Ein einzelner Zombie. Den Hund hat sich jetzt. Da kommt noch ein einzelner Zombie. Mit einem zweiten im Schlepptauch. Den wir auch gleich einfach mal in die Runde hier mit reinnehmen. Und da ist der Hund fertig gefüttert. Und wir rennen hier erstmal raus und chillen erstmal eine Runde hier unten. Ja, da kommen noch ein paar. Das ist doch fein. Ah, nö. Das wäre der falsche Versuch gewesen. Jetzt können wir es versuchen. Wir rennen jetzt einfach mal um die ganzen Horde hier rum. Und zwar... Schön in einer Reihe. Holen wir sie alle weg. Bis auf eine natürlich. Der bleibt daneben, damit wir noch einmal an die Kiste gehen können. Und dort gucken, ob wir die Lander-Gate bekommen. Ne, wir bekommen eine scheiß Rager. Und die lassen wir natürlich schön mal in die Kiste zurückwandern. Denn auf sowas habe ich keine Lust. Eine Barret. Ja, die neue Map, die jetzt bald rauskommen soll. Barret heißt sie. Und ich habe da keine Ahnung von der Map. Ich weiß nicht, worum es dahin geht. Ich weiß nur, es spielt in einer Western-Stadt. Und es gibt irgendein dickes Viech alt. Und mehr weiß ich da leider gar nicht. Und deswegen freue ich mich schon. Ich hoffe, ich werde da ein Gameplay drehen, wenn ich es irgendwie schaffe, technisch. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall werde ich da versuchen, ein First-Game-Gameplay zu drehen. Dass ich dann beim ersten Versuch einfach mal gucke, wie das da läuft. Wenn ich noch keine Ahnung habe. Und ja, wollen wir mal sehen, wie weit ich dann da komme. Schau, wie dann eine Barret. Kann das denn wahr sein? Ja... Weiter geht's. Weiter geht's. Und einmal Schloss. Ja, das Schloss ist dasselbe wie bei den anderen Maps der Teddybär. Äh, man bekommt halt keine Waffe. Logisch. Ist, ja, logisch. So, da wir jetzt alle drei Hunde gefüttert haben, äh, können wir uns hier hinten das Tomahawk holen. Das findet ihr, kurz bevor ihr diese Treppe zur Wendetreppe runtergeht. Einfach geradeaus laufen, links ist das Tomahawk. So, oder ihr kommt vom Leichenraum, dann kommt der von da, dann müsst ihr natürlich einfach nur geradeaus laufen. Hallo? So, jetzt. Ähm, ja, wo gehen wir gucken? Wo wird die Kiste wohl sein? Wir gehen erstmal oben gucken. Ja, aber wenn ich mir das so recht überlege, wir haben ja vorne 10, äh, dann killen wir den jetzt einfach mal, das ist mir auch egal. Und wir gehen doch unten zuerst gucken, ähm, weil ich muss sowieso noch unten was erledigen und von daher, ja, hier kann man, um die Wunderwaffe zu kriegen, kann man 5 Totenköpfe einsammeln. Diese 5 Totenköpfe seht ihr, wenn ihr im Afterlife-Modus geht, könnt ihr diese Totenköpfe enttarnen. Außerhalb des Afterlife-Modus sind sie nicht zu sehen. So, da springen wir einfach drüber. Der ist gar nicht da. Wir laden unseren Tomahawk zweimal auf, werfen es nach oben und bekommen diesen blauen Totenkopf. Ja, schöne Sache auf jeden Fall, dieser blauen Totenkopf, durch den man, ups, die Wunderwaffe bekommt. Ah, ja, jetzt wird es hier unten leider ein wenig zu full. Da kommt bestimmt gleich wieder einer hinter mir, ich weiß es. Ja, und die Nuke nehmen wir auch noch mit, plus die maximale Munition und den Instacay, jawohl. So, so langsam müssen wir rüberfliegen, wir müssen uns jetzt langsam sputen, die Runde lasse ich jetzt einleben. Und da ist der nächste Totenkopf, auf dem 1, 2, 3. Balken von links. Einfach oben draufwerfen, ihr werdet ihn bekommen, ihr werdet es sehen. Ja, jetzt geht es wieder weiter nach oben. Die unteren beiden Totenköpfe haben wir. Also, vorwärts nach oben. Eine Runde Sail, ähm, 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 ja, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Kohle haben wir eh genug. Also, von daher ist mir das erste Mal piepisch, nur ist egal. Aber, wo wir gerade dabei sind, ich kann gucken, ob es hier oben ist. Aber wir haben Glück. Das Gitter, das dritte Teil für das Schild ist hier oben. So, und weiter geht's. So, wir laufen einfach immer schön weiter, weiter hoch. Immer weiter, immer weiter, immer schön die Treppe rauf. Mein Kollege, der Fungiert würde jetzt sagen, immer rauf, 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 die Treppe rauf. Wirbel von Herr der Inge. Und den dritten Totenkopf holen wir uns hier aus der linken Seite, direkt neben dem Anfangsraum, auf diesem anderen Totenkopf drauf. Oh, jetzt habe ich gar nicht richtig gemorfen. Ja, jetzt wird's knapp. Ja, ihr habt ihn gesehen, da war er. Und dann können wir auch schon weiterziehen. Wo wir gerade dabei sind, am Anfang haben wir diese Mal zwei Punkte. Nicht genommen, dann nehmen wir sie eben jetzt. So, hinter uns kommt noch ein Zombie, den habe ich doch schon gehört. Beziehungsweise auch gesehen. Und den Insta-Kill, den sammeln wir noch mit ein. So, jetzt wollte ich nicht, dass wir den letzten Killen. So. Die Kiste haben wir hier. Und ran geht's. Jo, das ist die Blundergate. Wir haben sie gezogen. Und, ähm, jo, jetzt müssen wir eigentlich noch die Teile für das Acid-Cats sammeln. Die finden wir, ja, dann zählt mal da unten. Aber wahrscheinlich habe ich das einfach nur da drin hier vorne. Ja, da liegt's auf dem Tisch drauf. Da war ich eben gerade. Und, ähm, ja, die zweite Acid-Cats-Gun holen wir uns erstmal noch nicht. Das ist irgendwie überflüssig. Aber das Teil holen wir uns, um die erste Acid-Cats-Gun zu punchen. Wie ihr seht, Leute, der Anfang war eigentlich, ja, im Moment, es sah leicht aus, aber war schon kompliziert. Und, äh, jetzt brauchen wir eigentlich mal folgendes Teil. Hier vorne irgendwo, ne? Da vorne liegt. Hier liegt das letzte Teil für die Acid-Cats. Wir werden jetzt, ähm, das Teil anbauen. Und zwar bauen wir das an. Hm, Zeit hauen für die Tür. Oh my god. Nein, Quatsch, kein Problem. Kaufen wir auf und bauen das Acid-Teil hier an, wenn das geht. Bauen und Upgrade für Acid-Cats. So, und dann flutschen wir einfach mal raus. Schmeißen das Ding hier rein. Laufen um den Zombie wieder rum, ne Runde. Und haben die Acid-Cats. So, einmal wieder drumherum. Wieder runter Richtung, äh, wie heißt das Ding? Cafeteria. Und in der Cafeteria werden wir dann unsere Acid-Cats. Nein, werden wir nicht. Wir werden unser Zombieschut anbauen, natürlich. Was red ich denn hier für ein Zeug? Ja, haben wir getan. Äh, wir nehmen das natürlich auch. Ding, 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 ding. Nein, natürlich erstmal noch nicht. Erstmal müssen wir aufs Dach. Wenn wir auf dem Dach sind, werden wir unsere Teile an das Flugzeug anbringen. Das werdet ihr auch klein sehen. Ist die Kiste hier oben, oder was? Ne. So, danach werde ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Zum Beispiel das Musik-Easter Egg mit den Flaschen, ähm, Where are we going? Wie ihr where are we going aufruft, oder beziehungsweise aktiviert. Und ich werde euch versuchen, im Einzelmodus ein bisschen zu erklären, wie das Easter Egg funktioniert. Was leider nicht sehr leicht ist. Man muss das Wiesel sein, und man muss mindestens zu zweit spielen. Wenn ihr das Easter Egg auf dieser Map macht, ist das Spiel vorbei. Außer ihr möchtet es unbedingt weiterspielen. Diese Möglichkeit habt ihr dann auch. Ja, wir haben wieder drei Afterlives. Also man hat hier Afterlives mit Überfluss. Man kann hier eigentlich unendlich spielen, würde ich sagen. Mit drei Afterlives, dreimal sterben, das ist schon einiges. Naja, ich hoffe, wir werden die Runde 20 erreichen. Vielleicht auch 25. Und, äh, dann schickt sie auch. Dann hat man ja auf jeden Fall schon Gutes geleistet. Jo, das hier ist die, äh, wildes Wilken. Ha, toller Name für eine Waffe, wie auch immer. Wir werden sie nicht benutzen. Denn wir werden jetzt hier auf dieser Brücke 30 Kills nur mit dem Tomahawk machen. Um sich das blaue Tomahawk zu holen. Welches, so habe ich gehört, bis Runde 109 Instakill hat. Ich hatte leider nie Lust, bis Runde 109 zu spielen, weil es mir leider zu blöd ist. Aber vielleicht hat jemand von euch ja Lust, so lange zu spielen. Und dann habt ihr so lange Instakill. Ja, dieser Rauch hier ist echt beknattert. Aber was soll man machen? Jo, jo. Nee, die brauchen wir nicht. Die Stühle sind wieder da. Aber wir müssen noch ein wenig hierbleiben. Ding, 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 ding. Oh, da ist ja schon einer von den dicken Viechern. Guten Tag, auf Wiedersehen. Merhaba. Und da laufen wir ganz schön knapp da durch die Ecke. Okay, einen von den Fetten haben wir schon mal platt gemacht. Ja, ja, nee. Normalerweise laufe ich nie so, aber irgendwie lassen die Zombies das gerade nicht anders zu. Wahrscheinlich ist das etwas anders, wenn man alleine spielt. Ich spiele jetzt so oft alleine. Ich bin jetzt so der Einzelspieler. Ich spiele eigentlich meistens im Team. Ich finde es besser. Es macht mir Spaß. Und vor allem ist es viel, viel einspruchsvoller, als wenn ihr jetzt hier alleine eure Runden dreht. Ja, ihr seid einsam hier, wenn ihr alleine spielt. Und von daher spielt man eigentlich gerne im Multiplayer, würde ich jetzt so sagen. Entschuldigung. Ja, es ist ja schön, wenn der dicke mal platt geht. Ich habe nämlich das Satgas-Gehäufer hier. Mein Schild ist ja hier schon kaputt. Das ging ganz schön schnell. Der Dicke lebt ja immer noch. Ich muss mir aber mal den Dicke hier abwerfen, ohne Scheiß. Der Dicke muss platt gehen. Der Dicke muss sterben, Mann. Jawohl. So, einmal einen Schluck trinken. Ja, einen Schluck Milch. Wird das Calcium in den Knochen, ne? So, ne? Und dann starten wir mal eine Runde neu. Und jetzt kommen drei von diesen Gollums. Und schon, da werden wir mal versuchen, alles zu geben, ne? Oh, was machen wir mal mal? Ach, so, mal kurz AF-Karte wehen, so halb. So. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt kann es weitergehen. Die Action geht los. Oh, 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 oh. Was mache ich denn? Der Dicke muss sterben. Der Dicke muss sterben. Ja, es sind nur noch zwei. Autsch. Wo war der denn? Ja, wenn man mehr Spieler spielt, also mit mehreren Spielern, ist es meistens so, dass der weiße Spieler hier in der Mitte läuft. Und die anderen Spieler setzen sich hinten, ganz hinten in die Ecken und chillen ihre Basis und werfen die mal mit dem Tomahawk drauf. Ja, und so bekommt ihr eure 30 Kills, so wie ich hörte. Und natürlich bekommt ihr auch eure Kills, beziehungsweise Punkte. Ja, Runde 14, das ist eigentlich noch ganz okay. Ja, da kommen wir noch vorbei. Immer schön auf die Dicke drauf, immer schön drauf. Ups, was mache ich denn? Hat das jetzt gar... Ja, das kann doch gar nicht haken, oder? Ich bin nur lokal. Jo. Auf jeden Fall, wenn ich so jetzt hier meine Runde beende, gleich ist die Vorweisung, wie es aussieht. Da kommt keiner mehr. Ja, so wie ich das sehe. Schöne, und dann werden wir gleich mal hier wieder rüberfliegen in das andere Land. Auf Festland. Und werden da weiter unser Basis-Chillen. So, stirbt du, Kollege. Und dann geht's rüber auf die andere Seite, wo wir unsere Basis-Chillen. Wir trinken noch einen Schluck und dann geht's auch weiter. Boah, findet ihr auch Milch so geil, Leute? Ey, ich liebe Milch, Mann. Ich muss das einfach mal gesagt haben. Ey, Milch ist echt der Hammer. Ey, ohne Milch, was würden wir da nur tun? Vorwärts, 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 vorwärts. Immer schön rauf, 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 die Krempe rauf. Doppelte Punkte einsacken, jawohl. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen doppelten Punkten machen soll, aber was soll's. Wer hat's, der hat's. Da kommen sie schon von hinten, die kleinen Drecksäcke. So wie hier auch. Ich wollte da eigentlich gerade was machen, die kleinen Drecksäcke. Und ihr werdet mich da auch gleich hinlassen. Jo, ich würde sagen, jetzt kommt die Blunder jetzt zum Einsatz. Wir rennen jetzt einfach da dran vorbei. Das ist die Effektivität, der am Lander geht. Die Zombies mögen mich da nicht mehr. Die riechen nur noch eins, wahres Fleisch und nicht mehr mich. Ops. Jo, ein paar Kroner kann ja keinem schaden. So, ein Zombie haben wir am Leben gelassen. Und das ist eigentlich auch, ja, recht gut so. Wir gehen erstmal, oh, jetzt hab ich was vergessen. Jetzt haben wir was vergessen. Egal, wir haben ja genug Afterlives. Ich bin echt betrot. Da müssen wir natürlich erstmal das verdammte Teil wegkauen. So, dann gehen wir hier in diesen Gang, der vorher nicht angezeigt wurde natürlich. Und hier auf dem Boden, seht ihr das? Der ist über den Löffel. Ihr hört eine Lache, wenn ihr ihn aktiviert habt. Ja. Wenn ihr ihn aktiviert habt, dann geht's erstmal Basischill. Und zwar würde ich, das kommt jetzt ganz drauf an, was ihr machen wollt. Ich will ja auch noch das blaue Tomohawk machen. Das ist ganz eure Sache. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erst einmal hier rein. Und hole mir ein neues Schild natürlich. Aktiviere den silberen Löffel. Ihr hört so ein, oder so, keine Ahnung. Und wenn ihr den Löffel bekommen habt, deine Zeit ist gekommen und sowas kommt auch manchmal. Dann geht ihr hier in diesen Raum, wo die Badewanen sind, in die einzelne Badewanne, kommt der Löffel rein. Er rührt im Blut. Sagenhaft. Und dann gehen wir wieder weg. Den können wir auch gleich mitnehmen. Ähm, ja. Ich habe vorhin drei toten Köpfe eingesammelt, die habt ihr gesehen. Und hier oben befindet sich der vierte. So, einmal aufladen und auf die Hausecke draufwerfen und schon habt ihr es. Den blauen Toten. Oh, da ist ja noch einer. Bang. Stirb Kartoffel. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und zwar wird jetzt folgendes gemacht. Ich mache das Ganze leider ein wenig durcheinander, weil ich so einfach am besten spielen kann. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er erst alle fünf Toten Köpfe sammelt, dann das, dann das, dann das macht. Ich mache alles durcheinander. Und zwar habe ich den grönen, äh, diesen Löffel jetzt abgeholt. Von daher kann ich meinen Tomahawk in diese Glut werfen. Es macht einmal tschhhh. Und ihr habt keinen Tomahawk mehr. Höh, warum habt ihr keinen Tomahawk? Scheiße, ich will das doch haben. Ja, Leute, ihr müsst das da unten reinwerfen. Dann könnt ihr nächste Runde in den Afterlife-Modus gehen und euch dann blauer Tomahawk besorgen. Ja, ja, ja. Äh, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ah, genau. Ah, falsche Richtung. Hier lang. So, vier Toten Köpfe haben wir aktiviert. Wir haben das Tomahawk aktiviert. Ähm, wir haben eigentlich so gut wie alles gleich gemacht. Wir müssen nur noch den grönen Löffel machen. Und, äh, 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 ja, ohne Tomahawk. Ich habe doch was vergessen. Aber egal, mache ich es halt so. Macht ja gar nichts. Ist ja wurs. Ist doch egal. Wir können das natürlich auch so machen. Scheiße. Voll. So, ein haben wir geschafft. Folgt Nummer zwei. Der puncht mich als der Drecksack. Guck mal, ich war doch schon voll weit weg. So. Tomahawk hatten wir reingeworfen. Jetzt wird es wieder geholt. Wir gehen unten in den Afterlife-Modus. Und, ja, vorher müssen wir es dann denken. Kaufen wir die Tür auf. Ich will nicht mehr so viele Fehler machen. Es war schon kleinlich genug. Nein, Quatsch, Leute. Aber wir müssen erst mal das da aufkaufen auf jeden Fall. Gehen dann in den Afterlife-Modus. Und holen uns das Tomahawk im Afterlife-Modus. Also, wir gehen in den Afterlife-Modus und holen uns, äh, was mache ich denn jetzt hier? Und holen uns dann das Tomahawk. Weg da. Macht doch mal Platz. Dann rennen wir ganz, ganz schnell wieder zurück zu unserer Leiche, wo natürlich tausend Zombies auf uns warten. Der Dicke kommt auch noch. Das freut mich. Wir rennen jetzt erstmal einfach hier raus. Blaue Tomahawk haben wir. Und viel kann uns ja eigentlich nicht mehr passieren. Das hoffe ich jedenfalls. Mit dem blauen Tomahawk hole ich mir jetzt das da oben. Und da bekommen wir mit dem fünften Totenkopf, bekommen wir die Blundergette geschenkt. Ey, Dicke, ich bin hinter dir, Mann. So. Dann warten wir auf den Dicke. Wir laden dreimal auf und BAM! Ist der Helm ab. Und zack. Ist der fixer Blatt. Und das war's. Dann sammeln wir noch hier einen schönen Nuke ein. Und haben nochmal 400 Punkte. Das Sale brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber dann können wir auch wieder eine Runde trinken. Ich bin gerade am überlegen, was wir jetzt noch nicht hatten. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben. Ah ja, wo ich gerade herunterlaufe in den goldenen Löffel. Ja, ist ja logisch. Für den goldenen Löffel braucht ihr eine Blundergette, die mit dem grünen ACID-Geld gepuncht wurde. Äh, völlig egal, ob ihr in den Pack gepuncht gelegt oder nicht. Ihr braucht einfach nur eine Blundergette, die gepuncht wurde mit dem ACID-Geld. Ja, dann könnt ihr hier, wie ihr wollt, alleine, das ist ein bisschen schwierig. Wenn man ganz alleine spielt, meine ich, hier unten eure Runden drehen. Und müsst, keine Ahnung, es sagt wieder, wie immer, wie auch bei dem goldenen Löffel, jeder was anderes. Und, äh, es sagen auf jeden Fall viele, man müsste 50 Zombies hier killen. Kann sein, muss aber auch nicht. Das Insta-Geld da, das ist mir. Ey! Habt ihr das gesehen, dann läuft der Tostomor, ich wollte es nicht holen. Jetzt aber. Und, gute Nacht. Boom. Den Wetter, wenn man mal weg kann, muss ich den jetzt hier mit der Blundergette filmen. Man muss ja auch die Gegebenheiten ausnutzen, ne? So, meine Freunde. Immer noch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, mittlerweile, Leute, sind wir hier Runde 17. Äh, das war auf jeden Fall, ja, schon mal ganz okay. Runde 20 war Ziel. Runde 25 wäre gut, fände ich schön. Und alles Weitere, äh, ja, das ist dann so das Bonus, wenn wir das schaffen sollten, ne? Die, die ist ja, das ist ja auch. So, eine Stunde weiter und wir bleiben hier unten, bis das schrägige Gelache kommt. Ja, das Gelachen würde dann bedeuten, dass wir den gräunen Löffel bekommen haben, aber nein, im Moment haben wir ihn noch nicht. Weil? Die Lachen war nicht da, aber. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Wird schön erst mal unsere Basis, wenn man das mal nennen kann. Mit einer Worte Zombies im Schlepptau. Ja, da kommen uns ein paar entgegen, auf jeden Fall. Ein paar Freunde. Oh, da war noch einer. Ja, noch einer. Und ja, da kommen noch ein paar. Dann laufen wir doch einfach mal in die andere Richtung. Jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Da rennen wir einfach mal raus. Und ja, es waren immer noch nicht genug. Zahle eigentlich, ne? Lass mich mal hier durch. Danke. Ah, jetzt weiß ich aber, warum ich schon schnell gepanscht werde. Ich habe kein Schild mehr. Oh, hallo, hallo. Guten Tag. Ja, Todbringer, hallo. Ja, ja, ja. Hallo. Was kann ich für dich tun, Leute? Was kann ich für dich tun, Leute? Oh man, mein Deutsch wird auch immer besser hier. Ja, da kommen schon wieder ein paar. Irgendwie hat es immer noch nicht gelacht. Ich weiß auch nicht, was heute mit der Lache los ist. Vielleicht ist irgendwie Laune vergangen. Oder ich bin einfach nur taub. Wir werden es jetzt einfach mal probieren. Jo, probieren wir es mal. Ich wollte dir glauben, ich soll mich nur da hoch irgendwo in die Nähe. Nee. 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 Nee, nee. Nee, nee, den goldenen Löffel will er nicht so leicht rausrücken. Und da hat er irgendwie schlechte Laune, würde ich sagen. Aber da wir natürlich zwei Blunder jetzt haben, so wie ich vorhin gesagt habe, holen wir uns Elektro Cherry. Und dann geht es auch wieder ab in unseren Keller. Wir sind nämlich Kellerkinder. Und da müssen wir uns, ja, so viel es geht im Keller aufhalten. Ist ja logisch. Oh, dann geht es auch schon weiter. Ey, guck dir mal die ganzen Leichen in dem Keller an. Das ist echt der Wahnsinn, man. Das sieht echt so geil aus, dieser Raum. Oh, guten Tag. Ach, ich hätte mir noch ein Schild mitnehmen können. Ach, egal. Jetzt machen wir es auch. Oh mein Gott. Machen wir es halt ohne, ne? Ach, da war die schräge Lache. Habt ihr sie gehört? Wie ein kranker Irrer hat der mich ausgelacht. Aber nicht mehr lange. Ich geh mir nämlich jetzt ein Schild holen und danach den goldenen Löffel. Und dann ist die Party hier am dampfen. Jo, hier werden wir erst mal ein paar Zombies mit dem Tomahawk wegholen. Ich mein, wofür haben wir es denn? Dann laufen wir hier so schnell wie wir es können hoch. Und aktivieren den, ja, goldenen Löffel. Da wird der mit einer Hand hochgereicht. Ich find das so nice. Aber naja, weiter geht's. Wir müssen uns ja nicht mit so Kleinigkeiten aufhalten. Ach du Scheiße. Hallo, ich will raus hier. Danke. Meine Güte, das war nicht geplant. Irgendwie hab ich da voll daneben gemessert. Jetzt hab ich den drauf. Aber keine Panik, Leute. Wofür haben wir denn Electric Sherry? Okay. War natürlich logisch, dass wir da rauskommen sind. Ganz klar, ganz klar. Das ist nicht eine Sache und so. Zack. Oh ja, oh ja. Doppelte Punkte mag ich. Das ist immer was Schönes. Aber was ich nicht mag, sind so Viecher, die auf dem Boden rumkrabbeln. Ja. Unter und oder nach. Ja. Unter und oder nach. Ja. Du auch. So. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Ne, da oben war doch was, oder? Ich hab doch keinen Cola gehört. Äh, ne, keinen Cola. Naja, ein dicker. Ich glaub, der kommt von unten, oder? Der kommt nicht von mir oben. Das ist ein Arsch. Ja, der kommt von unten Ja, der kommt von unten Ja, Runde 20 Leute, Ziel erreicht Ziel erreicht, Leute, ja, das ist doch top Ziel erreicht mit 0 K.O.s, ey, das war mein Ziel Ne, war's nicht, aber Überhaupt zu Runde 20 zu erreichen war mein Ziel Und das haben wir geschafft und jetzt sind wir ganz stolz auf uns Und werden hier noch weiterhin alles geben Was wir können, bis zum letzten Natürlich, ne Ist ja logisch, ist ja logisch Wir geben natürlich immer alles Ja, du nett, du nett, das ist mir klar Ja, ähm, ja Ja, ähm, ja, was wollte ich denn sagen Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr Jo, und jetzt halten wir uns die ganzen Scheißviecher einfach mal fern hier Den können wir noch wegmessern, der kann eh nix Oh mein Gott, die wollen hier einfach rein in die Gondel Aber das lassen wir nicht zu, ihr kleinen Treckskinder Und deswegen sperren wir euch einfach mal aus Und dann fahren wir auch schon nach unten Die ganzen da warten Und wir sind weg Jo, war doch ne easy Sache Ganz easy peasy, ganz locker, ganz gechillt Und jetzt geht's weiter Denn wir holen uns die Zeile für die Flugzeug Äh, das Flugzeug meine ich Ha, ähm, ja Für das Flugzeug holen wir uns die Zeile Und schöne Runde dann Und vorwärts geht's Jaa, den haben wir richtig nice weggeholt Und den mit dem Messer, ey, wir sind so geil, Mann Ohne Scheiß, wir rocken das Ding hier total weg, ey Wir haben Runde 20 erreicht, super geil, Mann Das alleine auch noch Ähm, jo, alle Leute, die ich kenne eigentlich, die so alleine gespielt haben Ja, die hatten da eigentlich schon viele K.O.s Runde 20 Alle Leute in meiner Liste, die sind eigentlich Top-Leute Hatten da schon ihr erstes K.O. Und deswegen bin ich froh, dass ich es nicht hatte, ne Jo Oh ja, hier vorne Tür zu, äh, ja Zu zu kaufen Ich dachte schon, ich hab kein Geld, aber, äh Das kann ja nicht sein Jo, äh, was machen wir jetzt hier Jo, wir holen uns das allerletzte Teil Was uns auch fehlt für das Flugzeug Hier das Scheißteil Wo man einfach nicht mit der Gondel hinfahren kann Ist echt schön Oder auch nicht Denn man muss laufen Und für faule Leute wie mich ist das natürlich gar nichts Ja, Zombies, ey, ihr seid so toll Ich hab euch echt lieb Ihr seid wie eine Familie für mich Oh ja, oh ja, oh ja Den hatten wir auch, den haben wir auch Oh ja, und der Löffel Äh, ja Mein Lieblingsbesteck zum Killen von Zombies Normalerweise gibt's Messer Heutzutage gibt's Löffel Wer weiß das schon Und, find ich auf jeden Fall eine tolle Sache Das Ding, das macht der Insta-Kill bis Runde 34 Und, äh, das kann man natürlich immer gebrauchen Ich mein, manche Messer oder Schlagchen Die machen nur bis Runde 13 Kill Und, äh, ja Der Löffel macht halt bis Runde 34, ne Ist ja logisch Wer das nicht weiß, ja Den macht's auch nicht heiß Oh ja, oh ja 120 Eigentlich können wir unser Teil anbringen Ich weiß ja nicht, was der letzte Zombie macht Wo der rumgammelt Aber Äh, wir können ja trotzdem schon mal nach oben laufen Und, ja Die Teile anbringen, ne Ja, Leute, ja, Leute Ist schön, wenn man coole Internet hat Denn ich hab gerade was zu essen bekommen Und jetzt werden wir einfach mal versuchen Ah, übrigens Die Kanister, die muss man an der Seite des Flugzeuges anbringen Und das ist ein bisschen komisch gemacht Irgendwie Warte mal, gerade ging das recht schnell Ja, hier geht das recht schnell Wenn man Multiplayer spielt, dann ist das irgendwie ein bisschen schwieriger Muss man erst ewig da stehen und rumgammeln und machen und tun Und blasen, was weiß ich Bis man endlich die Teile anbringen kann Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof Aber was soll man machen Ja, da ist der letzte Zombie Den haben wir schön um die Ecke geneift Und dann geht's rüber auf die andere Seite Wo wir eine Hunde chillen Rrrr Dampfmogeln will, fett mein Noch und trinken noch Milch zu Dampfmogeln, perfekt Finde ich auch da so richtig geil Boah Fett Da kommt ein dicker Brotus Ey was Ich hab nicht getroffen Ja, die nehmen wir jetzt mal Und dann müssen wir von der Brücke runter Stimmst du Die lässt sich nehmen Ja, ich bin leider am Essen gerade Ich bin leider ein bisschen still Ich bin sowieso ein bisschen fertig von der Arbeit hier, Leute Ähm Aber ich würde sagen, genieß die Show Runde 21, denke ich mal, ist vertretbar Besonders wenn man so aufgeregt ist wie ich bei einem Gameplay Und äh, ja Wir werden hier auf jeden Fall versuchen noch durchzustarten, so gut es geht Äh Runde 25 war Highlight, glaube ich, habe ich gesagt Ja, das halten wir auch so bei Und äh, ja Dann geht's richtig rund jetzt hier Dann werden wir richtig Gas geben Ja, ich weiß, sollten die am Boden sind, die soll man nicht angreifen Aber was soll ich denn dafür Ey, ich kann ja nicht warten, bis er von selbst verreckt, ne Es tut mir leid So, nächste Runde 22 Boah Nudeln Dampfnudeln sind fest Richtig geil Na, okay 30 Schuss haben wir noch Oh, was war ich denn hier, ey Ach du Scheiße Ah, wir haben kein Schild mehr Ja, ich kann euch eines nicht sagen Manchmal fällt bei mir das Electric Cherry irgendwie aus Da habe ich irgendwie im Moment lang kein Electric Cherry Ich kann auch nicht sagen, woran das liegt Aber es ist nicht schön Äh Vielleicht kann es mir einer von euch sagen Vielleicht, falls ihr so lange geguckt habt Kann es mir einer unter die Kommentare schreiben Äh, ich fände es auf jeden Fall eine schöne Sache Und, äh Ja, wenn ihr eine PS3 habt Äh, ich würde mich freuen Wenn ihr mich vielleicht hinzufügt Äh Wenn ihr mir eine Freundschaftseinladung schickt Und mal eine Runde mit mir zocken wollt Ähm Ja, dann schreibt mir in die Nachricht Dass ihr mein Video gesehen habt Und, äh Dass ihr eine Runde Bock habt Mit mir zu zocken Und, ähm Ja, schreibt das in die Freundschaftsanfrage rein Dann lese ich das Dann weiß ich da Bescheid Dass ihr nicht irgendwelche Franzosen seid Die mir wieder irgendwas anhängen wollen Die mir eine Waschmaschine verkaufen wollen Und dann wollen wir natürlich gucken Dann werden wir eine dicke Runde starten Mal gucken Äh Ich bin auch an Leuten interessiert Die vielleicht mal Bock haben Mit mir die Runde 50 zu knacken Und Ja Allein habe ich da meistens leider nicht die Geduld für Aber mal gucken wie es jetzt läuft Also 123 ist fett, Mann Ist richtig fett Mal gucken was da noch so folgt Wir punchen jetzt mal die Dreckswaffe hier Ja, jetzt kommt hier Brutus-Dinger-Fuzzis Und deswegen machen wir uns mal dick vom Acker Und wir wollen ja nicht unsere ganze Munition an Brutus verschwenden Mmmmm 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 Lecker Packen Ein Teil von meiner Dampfen hängt noch am Finger Bäh Oh yeah Und sowas kommt jetzt wo ich nichts mehr brauche Ist doch immer dasselbe hier Hallo, ich hab doch viel besser Yo, dafür habt ihr gesehen Ist Electric Cherry und die Blunder geht gut Wenn man sie nicht mit dem Acid Cat ausrundet Ihr seid eingesperrt Ja dann Pong Einfach voll drauf ey Gebt alles was ihr habt Ihr habt zwei Schuss Ihr müsst sie gut platzieren Und dann habt ihr auch Glück Und dann kommt ihr raus So Oh Oh, da leckt aber übelst Susanne, man Habt ihr das gesehen, ey Übelst, man Und da will mir einer sagen Das ist lokale Spiel, ja Die Blasi schafft das einfach nicht Ich wahrscheinlich Ich hab das meistens gar nicht am Internet Sondern an der Blasi, dass sie das jetzt schafft Ich bin nämlich gerade nicht im Internet Ich wiederhole Ich bin nicht im Internet Und es hat geleckt wie eine Drecksau So Und die New M auch noch Hehehe 819 Kills Ey, das ist ja nichts Naja 124 Scheiß die Wand an, man Jetzt geht sie los Oh, jetzt Noch eine Out�� gemessert werden wie die oh yes was ich mit dir hallo stirb doch habe dich gemessert das können wir weglassen das brauchen wir das können wir nicht weglassen ja wie immer unser mega jump da runter ich hoffe es ist echt hilfreich dieser jump von da oben runter man muss nur aufpassen wenn man gehittet ist nicht dass man da runter springt denn ihr bekommt dadurch leichten Schaden der ja schuldsam sein könnte dass ihr sterbt ich will euch hier nichts zeigen woran ihr sterbt von daher möchte ich euch darauf hingewiesen haben springt nicht da runter wenn ihr angehittet seid ne äh was mach ich denn hier so jetzt ich wünsche euch eine gute Fahrt oh irgendwie fielen die nicht weit gedrückt ne ups irgendwie war das jetzt aber nicht so ganz geplant dass ich da so viel monitor wieder kraft ja und es geht weiter und weiter und weiter und weiter und wir messen 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 also irgendwie glaube ich heute totale scheiße zusammen würde ich mal behaupten ich meine vorhin die paar Stellen die knapp aussahen die waren nicht so knapp wie es jetzt aussah aber ja es war auch nicht wirklich okay muss ich sagen es war auch nicht wirklich okay muss ich sagen also ich habe also ich habe immer noch kein Chill das ist natürlich keine große Ausgangsposition so ja wir haben ey ich weiß ja nicht was das soll aber irgendwie die zwei müssen auch noch weg da irgendwie das war's das war's ja das war oberstes äh ja Bonus sag ich mal alles was jetzt kommt ist krasser Bonus und ich würde sagen das ist steigerungsfähig bis rund 30 mega krasser Hyper Bonus ich würde sagen wir schaffen das noch mit äh ja ne mit 0 K.O. schaffen wir das nicht mehr aber aber wir schaffen wir schaffen das auf jeden Fall rund 30 ist drin mega hyper krasser Bonus und äh ja da starten wir jetzt gleich durch ich gebe mir jetzt mal ein bisschen Mühe hier und vielleicht wird das dann auch was äh jo Electric Cherry rettet mir das Leben also was mach ich denn gerade ich weiß es nicht Leute so ich renne jetzt hier raus ich mach gerade nur Scheiße irgendwie ich weiß auch nicht warum das wo man da fliegt seht euch das an es ist schon wieder verknickt es ist schon wieder verknickt ist das denn normal gerade neu gekauft jetzt sterben sie wenigstens von diesem komischen grünen Zeug ganz einfach wenn sie in der Nähe sind jetzt sterben sie wenigstens von diesem komischen grünen Zeug und da kommen ja schon wieder alle der schlägt mich obwohl er keinen Kopf mehr hat das ist doch nicht normal oh man ey oh man ey kommt da noch viel ey so 126 Gangbang Leute jetzt geht los so langsam kommt die richtig Action ins Spiel würde ich immer behaupten ne und äh ja ich würd sagen das ist ein gutes Kommentar wert und darüber würde ich mich natürlich freuen von euch wenn ihr mich hier als gut bewertet äh ich hab noch knapp meinen Controller alter ich hab meinen Controller nur mit dem rechten Stick bewege ich mich gerade der bewegt sich von selbst ist kein scheiß Leute ich hab nur den rechten Stick in der Hand guck da Leute oh jetzt nicht mehr ok jetzt nicht mehr oh man ey dicker Mann alter der kommt direkt von vorne ey der will von vorne man der erste der von vorne will die auch äh 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 ä Oh man, und da ist schon wieder unser Schild weg. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen Munition sparen Leute, damit wir ein bisschen länger durchhalten. Wer weiß wann die nächste Munition kommt, die kommt gewiss, aber wann ist die Frage, ne? Und solange muss ich Munition haben. Na, weiter geht's. Ja, bei doppeltem Gewinn bist du immer dabei, das ist mir klar, du kleiner Drecksack. So, den haben wir schon gesammelt, einer fehlt noch, scheiße. Ein kleiner dreckiger Kanister ist noch dabei zu fehlen und ich werde ihn jetzt suchen. Detektiv Todbringer ist auf dem Weg und sucht. Gesucht und gefunden und zack haben wir ihn. Vielen Dank. Ja, jetzt werde ich langsam ein bisschen müde und ungesprächig. Das ist immer so bei diesen Spielen. Irgendwann ist einfach die Luft raus. Ja, irgendwann ist einfach die Luft raus und da hat man echt keine Lust mehr. Wie das halt so ist. Und Max Amor auf ein neues. Hallo, besser. La 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 la. Ja, wir laufen jetzt einfach ein bisschen rum und messern ein bisschen und machen und tun. Äh, was würde man jetzt sagen? Äh, ein Dempsey, tausend Zombies. Kein Problem, ne? Ja, weil wir haben nämlich die tausend. Und bis jetzt haben wir null Kaos, also was hat auch kein Problem, ne? Ja, da kommen die auch noch wieder von vorne. Da sind wir einmal ausgerutscht und zack. Und wo ist der letzte? Schrei. Schrei, letzter Zombie. Ich höre nicht frei. Ich höre nichts. Hört ihr was? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Wie immer. Ja klar, da werden doch noch welche gespawnt. Hier, jetzt geht nochmal die Runde los oder was? Ne. Da ist er doch. So, wir bringen auf jeden Fall schon mal die Kanisse an, damit wir im Notfall einfach mal abhauen können. Ja, wir bleiben noch eine Runde auf dem Dach. Wir setzen dann noch überall ein Spiel aus auf dem Dach. Also warum nicht? Also warum nicht. Jetzt ist die Kanisse, dass acht Male gehen, auch一 Schritt nach unten wieder. Und wir nehmen uns auf dem Dach. So, wir führen mounts an dem Dach. Wir machen immer noch Männer. J удар mal wollte. Äли, drei, 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 drei. Und wir sind nie mit einer Runde. So, dann haben wir uns den Schutz gespart, das war doch auch ganz schön. Auch wenn wir wahrscheinlich mehr Zombies getötet hätten, wenn wir in die andere Menge geschossen hätten. Ja, der Golden Löffel ist schon irgendwie was extremst schönes. Und jetzt geht das hier auf jeden Fall so weiter. Ich weiß irgendwie gerade nicht so was ich sagen soll, weil ich drehe jetzt ja hier nur ein paar Runden. Und schön meine Basis, ich gebe jedenfalls am besten. Das ist 127, wer hätte das gedacht, dass wir das schaffen. Jo, jetzt habt ihr es gesehen, wofür Electric Cherry war mal wieder. Bei dieser Waffe echt nützlich. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Einmal kurze Action, einmal nicht richtig aufgepasst und schon hat man bei dieser Map verkackt. Ich hätte noch 3 Afterlives, aber sterben ist natürlich keine Option. Nachher werde ich euch noch etwas zeigen, zum Spaß einfach. Warte mal. Warte mal. Ey, das ist ja noch ganz. Krass. Okay. Ich würde sagen, das zeige ich euch so Runde 30. Wenn wir das geschaffen hier, dann zeige ich euch das auch als kleines Bonus würde ich so hoffen. Als kleines Bonus zeige ich euch das dann wie das geht. Where are we going? Where are we going? Und das andere Musik-Inster-Eck. Wobei, das Flaschen-Inster-Eck zeige ich euch jetzt schon. Sonst wird mir ja hier völlig langweilig, ne? Jetzt schlafe ich hier noch ein, das wollen wir auch nicht. Da muss ich gerade nochmal hier lang gehen. Da hinten sitzt ein Bär. Oder, hier gibt es keine Bären, hier gibt es nur Flaschen. Weil die Spieler hier sind eh alles nur Flaschen, also von daher, Flaschen. Die andere Flasche ist im Anfangsraum. Nämlich hier. Chillige Basis. Jo, da war es auf jeden Fall mal richtig knapp, das war jetzt knapp. So, sowas darf eigentlich nicht passieren. Aber, ja. Man darf es ja auch mal ein bisschen spannend machen, nicht wahr? Solange noch nichts passiert ist, ist doch alles gut, oder? Kann auch keiner meckern. So, ich zeige euch noch den letzten Teddybär. Der letzte Teddybär ist nämlich unten. Ja, jetzt haben wir es so langsam schon mal angekratzt, ne? So, da sind wir einfach mal durchmarschiert, ne? Ist ja gar keine große Sache. So, da sind wir einfach mal durchmarschiert, ne? Bisschen Munition haben wir noch. Und der letzte Teddybär, der sitzt genau hier hinten. Und deine Musik los. Ja, die sterben jetzt nicht mehr so richtig von meinem grünen Giftzeug, was auch immer. Und von daher muss ich hier jetzt auf andere Mittel wahrscheinlich zurückgreifen, wenn ich das Tomahawk. Ne, ich mach grad einfach nur Scheiße, irgendwie. Also Leute, normalerweise spiele ich nicht so schlecht, ne? Ich mein, es war jetzt noch nichts ordentlich richtig Knappes dabei, aber... Außer das eine Mal. Aber es muss ja nicht sagen, dass man hier alles total knapp macht. Ey, was mach ich denn? Ich renne genau gegen den, ey. Bin echt irgendwie grad nicht ganz auf dem Damm. Ja, die Arbeit war halt anstrengend. Normalerweise spiele ich während der Woche nicht. Und, ähm... Ja, aber irgendwie, keine Ahnung. Wir waren grad danach mal ein Gameplay zu quillen, ne? Und daher mach ich das doch diesmal jetzt. Dann ist es halt nicht so gut, ich kann auch nichts dafür. Wer unbedingt mehr sehen will, der soll das tun. Äh, ich bin zufrieden. Ich wollte eigentlich eine Runde 25 schaffen dafür, dass es in der Woche ist. Beziehungsweise 20 wäre auch schon okay gewesen. 25 war der Bonus. Jetzt sind wir schon mal multi-coolen, richtig krassen, fetten, dicken Bonus. Und ja, mehr will ich nicht. Ganz ehrlich, es reicht wirklich, es reicht. Ich brauche keine 50 Runden zu zeigen. Ähm, ich weiß, dass ich nicht der Beste bin. Und das ist okay für mich. Also, bis auf die eine wichtige Stelle, da war eigentlich noch nichts richtig knapp. Das kann ich euch sagen. Das ist jetzt mein Ernst. Äh... Die Stelle war dann doch leicht, ein bisschen Glück, aber ist auch noch, sag mal, ist auch noch akzeptabel, eh. Also, so krass war es jetzt auch nicht, man. Hab schon Schlimmeres überlebt, ne? Ja. Ja, schaffen wir den Super-Mega-Multi-Dupel, irgendwas, irgendwas, keine Ahnung. Dingster-Bumster... Bonus-Dings. Oder schaffen wir es nicht? Ja, der letzte Zombie schreit, wenn der mich jetzt umbringt, dann haben wir einen Arschkater. Wenn nett, dann haben wir den Bonus. Den Multi-Super-Duper-Kraffen-Bonus, Mann! Und den haben wir geschafft! 30 Runden, Leute! 30 Runden! Und das alleine! 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 Perfekt! Perfektionistisch! Jawohl! Mehr wollen wir doch nicht sehen! Perfekt! Mehr gefällt's! Top! Geil! Mich freut's! So! Und jetzt fliegen wir eine Runde rüber, weil es so geil war. Und dann zeigen wir euch das neue Musik-Easter-Egg von Mann! Richtig geil! Where are we going? Where are we going? From here? So, das war's. Ist daig, Leute? Nee, warte mal. Witz! Oh, ich hab ja noch Dampfflugeln! Geil! Liegt ja auch Dampfflugeln? Ich glaub's hab ich schonmal gesagt, ja? Alka! Fertig! Ja, mein Gameplay Di-Rise war glaub ich 30 Runden 2 K.O.s, das war auch schon schlecht. Ähm, auf Di-Rise hab ich mich etwas verbessert. Ich habe es geschafft, äh, mit 2 Spielern 43 Runden mit einem K.O. zu spielen. Und, ja, nur dass ihr mal wisst, wie das so ab, äh, wie das, wie, 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 wie verbessert ab so Di-Rise. Das war ja ziemlich am Anfang, wo ich das andere, wo ich dieses Gameplay da gedreht hab. Und, äh, ja, da sieht man so, wie man, wie man, äh, ja, durch immer öfteres spielen halt die Maps ein bisschen kennenlernen und auch ein bisschen durchstarten kann hier. Ja, da schiebt jetzt einfach mal den Zeug herein, da sterben die wenigstens alle. Jo, getötet, getötet, getötet. Also einmal aufladen reicht nicht mehr. Bald hat mein Löffel keinen Instacill mehr. Dann fängt es so an, sich die Schnur zuzuziehen und dass die Zombies langsam überhand kriegen. Und, äh, ja, dann wird es so langsam kritisch hier in der Runde. Aber solange wir noch nicht die Runde 30 bzw. 34 erreicht haben, läuft ja doch noch alles. Nächstes Ziel, Runde 35, ist ja klar, ne? Ich weiß nicht, wie der Bonus dann genannt werden soll. Auf jeden Fall ist es schon fett, Mann. Ja, und dann werfen wir noch einmal das Tomahawk voll in die Fresse von den komischen Zombies da. Bumm. Die zwei Messer haben wir weg. Und der letzte... Oh, das war schon der letzte. Ja, dann geht es gleich weiter. Runde 31, Leute. Wir haben es geschafft, Mann! Wir sind drinnen, Leute! Checkpot! 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 Naja! Also rekordmäßig alleine sieht es bei mir aus, äh, 31 glaube ich. Ne, 37. 37 mit 0 K.o.s habe ich bis jetzt geschafft hier auf Mob of the Dead. Und, ähm... Ja, das war aber wohlgemerkt da, wo ich ausgeruht war. Und ich bin gerade weniger ausgeruht. Also... Ja, ihr wisst doch, dass ich nicht so gut ausgeruht bin, ne? Sei ruhig! Oh, scheiße Erzähler hier! Hast du auch keine Ahnung, Mann! Wir gewinnen das Ding hier! Schade, dass man alleine keine G-Site machen kann. Alles gar kein Problem, Leute! Wir schaffen das! Voll rinnen damit! Mit dem Tomo! Immer rinnen in die Fresse, wa? Ding, 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 ding! Wow! Nice, Mann! Oh, yeah! So, wie ihr seht, gab es schon länger keine Muni mehr. Das wird jetzt immer schlimmer bei diesem Spiel. Was, was er wird heute gerade ist? Ich bin der 100-marsch, was das bedeutet! Und jetzt, bis jetzt, was er weiß der Start. Und jetzt, bis jetzt! und je bin der 120-marsch! Und jetzt, das ist so unersell, was das Tepp ist. Ich bin der 100-marsch! Und jetzt, bis jetzt! Und jetzt! Ja, wir brauchen wir das Podium! Und jetzt, wir brauchen das Tabiat. machen das hier. Wir schaffen das. Runde 35, Mann. Ohne K.O. Das wird Ziel. Jetzt, jetzt, jetzt. Steigern wir mal unser Ziel. Ich will das ohne K.O. schaffen. Runde 35. Ich würde sagen, das Gameplay wird beim ersten K.O. gestoppt. Ich würde sagen, beim ersten K.O. wird das Gameplay gestoppt, damit hier mal das Risiko ein wenig hochgesetzt wird. Ich meine, uns geht das ja noch ewig. Ich meine, mit drei Afterlives, da kannst du ja Jahre spielen. Das ist ja... Meine Fresse bin ich gerade gut. Meine Fresse. Oh, mein Schild ist weg. Jetzt wird es schlechter. Alter. Haben die schon Damage, ey. Die machen ja schon Dribbel Punch. Weiter geht's, Leute. Kommt her. Kommt her. Oh mein Gott. Kommt her. Kommt her. Weiter, weiter. Ja, nix, nix, nix. In einer Reihe anstellen, bitte. In einer Reihe, bitte. Jawohl. Oh mein Gott, sei denn geil. Runde 32, Leute. Wir haben es geschafft, Mann. Wir drehen hier richtig am Rad. Und das ohne K.O. Ja. Leute, wir gehen hier durch die Map und rocken das Ding. Zwischendurch mal eine Dampfnugel. Ist ja klar, ne? Ja. 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 So, die Dicken sind platt. Und weiter geht's. Runde 32, dann haben wir noch eine Runde Instacill mit dem Knife und dann ist es vorbei. Zappen, du es da. Dann wird's echt eng. Ab Runde 34 wird's echt verdammt eng. Ja, weiter geht's. Ja. Ja, da werden auf jeden Fall ein paar Zombies gekillt. Das ist doch mal schön zu sehen, ne? Dass wenigstens irgendjemand hier noch Zombies killt. Ja, es kann doch nicht sein, dass ich die nicht treffe mit dem Messer. Also irgendwie, es ist anders zu spielen, als wenn man jetzt hier Multiplayer spielt. Irgendwie, normalerweise würden die alle treffen, die Messer. Aber guck mal hier, das war schon wieder nichts. Wie weit muss ich denn da rangehen, damit ich treffe? Oh, das war knapp, Leute. Das war knapp. Aber eine Todbringer hat's gerettet. Von daher, es geht noch weiter. Noch sind wir im Spiel, Leute. Noch sind wir drin. Oh, ja, der wird... Ah, das gibt's doch nicht. Der weicht mehr aus hier. Das gibt's doch nicht. Hast du hier wie bei Crisis hier so ein, so ein, so ein, so ein Nano-Soot, ey. Oh, yeah. Ja, mit dabei, ihr habt gehört, ihr habt richtig gehört, ich bin ja richtiger Anfänger eigentlich, ich spiel jetzt noch nicht so lange. Und PS3. Und ja, mittlerweile hab ich sogar mal ein Spiel gespielt, sondern nämlich Crysis heißt das. Crysis 3. Und das ist richtig fett. Das ist richtig geil. Äh, schade ist das, wenn nicht Leute im Multiplayer sind. Das hätte echt irgendwie Potenzial. Ich find's irgendwie schade. Deswegen pushe ich das Spiel jetzt gerade hier so ein bisschen. Ähm, ja, des Weiteren würde ich sagen, äh, wenn jemand gerne alleine spielt, Far Cry 3, das beste Singlespiel, äh, Singleplayer-Spiel aller Zeiten, hab ich gehört. Und, äh, empfinde ich auch selber so. Ich hab zwar nicht so viele gespielt, aber trotzdem sag ich das jetzt einfach mal so. Ich habe noch nie sowas Geiles gesehen wie Crysis, wie Bit, ähm, na, Far Cry 3, was laber ich denn? Oh mein Gott, wir drehen mal um hier, damit's ein bisschen enger. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Treff doch mal, du Scheißmesser. Ohne Witz, ey. Oh mein Gott. Jo, jetzt werden wir hier langsam rausgedrängt aus der Map hier. Das ist doch nicht okay. Dann laufen wir einfach mal hier lang, ne. Ist kein Problem, alles, äh, ganz easy-peasy, ganz locker, locker chillig. Und dann geht's weiter mit dem Tom Hork, ne? Ja, der Messer hat irgendwie, da muss ich so nah ran, ey. Das ist nicht mehr normal hier. Oder ich bin einfach nur so lange nicht mehr hier drin gewesen, dass ich einfach nicht mehr kann. Manchmal so wie jetzt funktioniert's, aber manchmal ist das echt ganz komisch. Ja, das Messer noch ausnutzen, solange wir's noch haben, ne. Und das ist Runde 33, Leute. Das ist Runde 33, Mann. Ist das geil oder ist das geil? Ja, seh ich genau so, Leute. So. Einmal Dampflugel. Boah. Fällt einer. Dampflugeln sind die besten. Ich sag's doch immer wieder. Boah. Das holtert und poltert hier. Ich seh gar nichts mehr. Boah. Boah. Na. Einmal bitte zurück. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt heißt es überleben. Naja, und ich muss natürlich mein Versprechen einlösen. Ich zeig euch jetzt, wie ihr Where Are We Going anmacht, aber erste Runde 35. Nämlich, das ist dann die Final Musik für das Finale. Oh yeah, Mann. Fuck, ist das geil, Mann. Mann, ey. Fuck, ist das geil, Mann. Wie wir hier abgehen. Scheiß die Wand an, Mann. Hallo. Stirb. Ah, ich weiß jetzt auch, was ich vergessen habe. Ich wollte mir noch ein Schild holen, ne? Da war doch was. Warum sagt mir das denn keiner? Ach so, ist ja keiner da. Ah, ist ja kein Livestream. Schade. Ja, ich würde gerne mal einen machen. Ich weiß da nicht wie. PS3 ist scheiße in dem Fall. Dabei finde ich den PS3 von der Konsole besser als die PS4. Nein, Quatsch. Aber kein Scheiß. Besser als die Xbox 360. Und ja, ich werde mir natürlich auch die PS4 holen irgendwann. Irgendwo irgendwie. Und ja, da freue ich mich schon auf neue Leute, die mit mir tocken wollen. PS4, ey, das wird richtig geil. Äh, ich werde aber auf jeden Fall auf den Zombie-Modus warten. Da ich ja eigentlich nur Zombie-Modus spiele. Und ey, deswegen warte ich auf Black Ops 3. Oder Black Ops 2 kommt natürlich für die PS4 nochmal raus. Fände ich auch richtig geil. Würde ich mir natürlich sofort holen mit Team Pass und drum und dran. Wäre sofort dabei, Mann. Aber ey, ich weiß nicht, ob Trey Arsch das macht. Äh, Trey Arsch meine ich. Hehe. Manchmal Arsch, aber manchmal auch Arsch. Und, äh, ja, wollen wir einfach mal gucken, ne. Ich freue mich auf jeden Fall auf die PS4. Und die soll ja richtig geil sein. Äh, hat die Xbox auf jeden Fall geschlagen, die Xbox One. Und finde ich auf jeden Fall korrekt. Oh mein Gott. So. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier, Leute. Äh, langsam sind wir in den hohen Runden hier. Jetzt geht's richtig spatt, Mann. Jetzt ist der Punk hier am Laufen. Und, äh, ich bin am Kriechen so langsam. Und deswegen, äh, vorsichtig ist geboten, ne. Jo, und da drumrum, und da drumrum. Und, yeah, Slalom, Baby. Yeah. Gib alles, Mann. Jo, es geht hier richtig ab, Mann. Wir können hier richtig Party machen. Junge, 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 wir gehen richtig ab. Das ist Sommerfett. Und jetzt noch Tomahawk drauf. Und, jo, dann sind sie alle platt. Richtig geil, Mann. So muss das laufen. Ne, nicht alle, es lebt noch einer. Wow, es gibt's noch gar nicht. Ne, doch, alle platt. Scheiße, ist das geil. Meine Fresse. Und noch einer. Oh, Mann, und noch einer. Jawohl, jetzt geht's hier rund, Mann. Jetzt sind die hohen Runden so langsam am Start hier. 33 sind wir dabei. Und ich freu mich schon, bis, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir die 35 schaffen. Ich hoffe, ey, jetzt wär so geil. Ich hab gesagt, nach einem K.O. mach ich hier Schluss. Und, äh, deswegen wollen wir mal schaffen, wollen wir mal hoffen, dass ich hier kein K.O. mache, ne. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier dickes Gas geben, Mann. Oh, Mann, Alter, jetzt ist hier dicke Action, Mann. Nein, 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 ey, das Easter Egg ist am Rollen hier. Ihr hört die Zahlen rattern. Und das ist fett, Mann. Das ist fett. Wir haben hier eine richtig gute Runde gerade. 133 mit 0 K.O.s. Äh, ja, da kann doch keiner was sagen, wa? Oh, nein, 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 raus hier, jawohl. Ja, 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 die 0 K.O.s müssen stehen bleiben. Weg hier, du Kleiner. Ja, das ist echt Action hier. So langsam geht hier die Panik ab, Alter. Ich freu mich schon. Wir schaffen die Runde 35, hoffe ich. Das wär echt fett, Baby. Oh, mein Gott. Ich hab doch, ich hab auch Shit. Was ist denn hier los? Hallo? Geht's noch? So, ist die Gondel da? Ne, die ist natürlich nicht da. Was mach ich denn jetzt? Äh, ja, messen wir den weg und laufen irgendwie eine Runde oder so. Keine Ahnung. Meine Fresse, Mann, bin ich aufgeregt hier. Das wird echt ne hammergeile Runde. Runde 34, noch nicht 34. Ich träum schon wieder zu viel. Ähm, jo, weg hier mit dir. Da werfen wir mal dicks Tomahawk drauf. Und dann hauen wir ab. Komm, 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 das schaffen wir. Jawohl, wir sind dicke Kinder, Alter. Jo. Und da haben wir den Nächsten. Und da steht noch einer. Und da steht noch einer. Da rennt mir noch einer hinterher. Und dann haben wir's gleich geschafft. Wo ist noch einer? Hier ist noch irgendwo einer. Ich hab doch einen gesehen eben noch. Jawohl, zwei sogar. Und zack, ist die Runde vorbei. Wir haben Runde 34 erreicht, Leute. Yes. Es geht vorwärts. Mann. Bei dem ganzen Gelabern kann ich mich ja gar nicht konzentrieren. Und ich bin müde wie Sau. Das gibt's doch gar nicht, dass ich jetzt so aufdrehe jetzt hier. In der Woche mach ich das. In der Woche. Oh, oh, oh. Oh, Runde 34. Wir haben Two-Hit mit der Dings. Wir haben kein Insta-Kimmer mit dem Löffel. Jetzt wird's kacke. Jetzt wird's kacke, Leute. Meine Hände sind schon ganz nass. Achso, wir haben ja kein Insta mehr. Oh Mann, ey. Da denk ich nicht dran. Ah, der Dicke kommt jetzt auch noch. Komm her, Dicke. Doppelte Punkte. Ja, oh Mann, da haben wir Dicke-Double-Points geholt, Mann. Alter, Frau Walder, da kommen sie gleich in riesen Scharen hier. Ihr merkt, Leute, so langsam wird's echt anstrengend. So langsam werden die echt richtig aufdringlich, die Zombies. Aber irgendwie müssen wir die Runde 35 erreichen. Ich hab's doch gesagt. Ich will die Runde 35. Das ist mein absolutes letztes Ziel. Runde 35. Danach wird einfach nur noch gespielt, was ich schaffe. So, dann messen wir halt zweimal, um die zu köten. Auch kein Problem. Nur wenn die von vorne kommen, ist scheiße. Da werfen wir das von morgen einfach mal da unten rein, ey. Die kriegen schon ein paar. Die sterben nicht mehr mal von der Wunderwaffe, Leute. Ich habe keine Waffe mehr, die irgendetwas gegen diese Zombies ausrichten könnte. Ich habe nur noch eine Chance. Doppelmessern. Und da kommt immer noch ein neuer Mann. Tomahawk drauf. Tomahawk. Und Tomahawk. Los geht's. Hol sie alle. Oh yes. Da wird Dicke mal draufgehauen, alles was geht. Und natürlich holen wir uns jetzt die maximale Munition. Ja, wie gesagt, Doppelmessern ist jetzt angesagt. Oh mein Gott, Mann. Ach du Scheiße, mein Schild ist auch völlig im Arsch. Oh yes, Mann. Jetzt kommen wir von allen Löchern angekrochen. Die wollen mich. Sie wollen mich haben. Aber ich will nicht, dass sie mich haben. Ich wiederhole es noch einmal, wir sind gerade Runde 34 mit 0 Kills, Leute. Beim ersten Killbild ausgeschaltet. Ich meine natürlich Downs. Bei einem Kill wäre ja schlimm, der hätte ich ja gar nicht anfangen müssen. Und da haben wir noch mal den Juk geholt. Robert geht's. Wo ist der letzte Kamister? Ich glaube, der ist hier hinten. Ich glaube, der ist hier hinten. Ja, ja, ja. Der ist bestimmt hier hinten. Ja, ich sehe ihn schon. Ja, das ist meiner. Ja. Okay. Top. Meiner. Ja, Leute, so langsam wird's hier echt eng, Mann. Also, so langsam schnürt's mir hier echt den Magen zu. Äh, die Derme. Schnür mir den Magen zu, meine ich. Und zwar für den Zombies, die Derme. Und ich meine, und das ist echt unangenehm. Ihr wisst ja, wie mich das Blut bewirrt, Mann. Wenn das Blut in meinen Blutkreis laut kommt, dann ist es vorbei. Wisst ihr ja, ne? Deswegen dürfen wir nicht beißen. Wir dürfen nur hauen. So. So, was machen wir jetzt? Wo ist er? Da kommt er doch. Und weg ist er. Und jetzt rennen wir um unser Leben. Jetzt machen wir Gehirnjogging. Äh, nee, Quatsch. Nicht Gehirnjogging. Äh, äh, Virtual Jogging. So, wir geben unser Bestes. Alles abchecken. Jede Ecke. Da darf kein Zombie kommen, der mir schlägt. Der mir jetzt hier richtig einen gibt, Mann. Ja, ja, ein Schlag ist okay. Aber bei zwei wird schon kritisch. Nee, Quatsch. Also, ich würde sagen, bei drei Schlägen wird's kritisch. Oder? Drei Schläge und dann ist echt, dann, da muss man echt aufpassen. So, bevor ich fliege, muss ich mir auf jeden Fall noch ein neues Schild holen. Habt ihr das gesehen? Die sterben nicht mehr. Die Blanca jetzt ist für den Arsch. Hapf. Hammerhart. Oh mein Gott. Die kommen von allen Seiten. Jo, und da sind wir durch. Da sind wir durch. Wir haben's geschafft. Wir sind durch. So, jetzt. Und weiter. Ein zweites Mal. Jawohl. Die lahmen Dinger, die kriegen wir auch so hoch. So. So. Gucken, wo sie kommen. Bam. Bam. Und drauf. Alter. Zwei Schuss bei euch schon. Ist der Wahnsinn, oder? So. Weiter geht's. Weiter nach unten. So. So. Hier habt ihr mein Schild. Leckt mich drauf. So. Dahin kommt er. 135 Leute, wir haben's übrigens geschafft, ne? Hier. Wir haben's geschafft. Und deswegen bekommt ihr jetzt euer Musik-Ester-Eck. Unser Where-Are-We-Going-Lied. Was uns alle am Anfang, wo die Map rauskam, richtig heiß auf diese Map gemacht hat. Ich fand das Lied schon immer richtig geil. Und jetzt werde ich es für euch starten. Auch wenn es mich vielleicht das Leben kosten wird. Denkt dran, beim ersten K.O. gehe ich raus. Aber ich gebe mein Bestes. Ich schaffe das auch, ohne zu sterben. Da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall gebe ich mein Bestes. Sicher bin ich mir nicht. Ja. Los geht's, Leute. Und ab in den Afterlife-Modus. Ab in den Afterlife-Modus. Ja. Also, Leute. Übrigens, Easter Egg funktioniert folgendermaßen. Unten, wo jetzt die drei Zahlen rattern. Müsst ihr vier Zahlen eingeben. Und zwar die Gefängnissummern von euren Spielern. Von den Leuten, die ihr spielt. Müsst ihr alle Gefängnissummern eingeben. Und äh. Ach du Scheiße. Nein, 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 Leute. Oh, da sind wir down, Leute. Da sind wir down. Ich habe es gesagt. Where are we going? Hat es ausgemacht. Na ja. Was soll man da noch sagen? Äh. Vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal. Ne, Leute. Ich würde sagen. Wir machen hier den Stop. Es reicht. Es reicht wirklich. Es war eine anstrengende Runde. Runde 35. Ein K.O. War nicht meine beste Runde. Ist aber dennoch okay. Und von daher würde ich sagen. Verabschiede ich mich hier mit Ehren von euch. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich könnte jetzt zwar noch weiterspielen. Ich hätte jetzt hier noch Jugger noch. Aber dann würde das Ganze wieder von vorne losgehen. Ich habe immer noch ein Afterlife. Das könnte hier noch ewig gehen. Von daher würde ich sagen, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde von Burratt versuchen, auch ein Gameplay zu drehen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Diese Runde hier zu spielen. Die sterben ja nicht mehr von zwei Schuss. Und äh. Dort denke ich, es wäre jetzt gar kein Problem weiterzumachen. Aber das ist es nicht wert. Wir haben jetzt lange genug hier gespielt. Ich bin nicht so ausdauerisch begabt hier. Ich habe nicht so ein... Ja. Ich habe meinen Hintern nicht so trainiert wie manche andere. Würde ich jetzt dazu einfach mal sagen. Und äh. Ich danke euch auf jeden Fall. Where do we go? Ist gerade noch am Laufen. Und äh. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Beim weiteren Zocken. Vielleicht ist der eine andere da, der vielleicht mit mir spielen will mal. Und haut rein, Leute. Where are we going? Läuft noch zu Ende. Das werde ich noch zulassen. Und dann ist hier Zattendus da. Where are we going? Viel Spaß, Leute. Und tschüss. Und dann ist hier Zattendus da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.